Also ich bin der Daniel Bonitsch und bin beim Technischen Hilfswerk in Kitzingen. Ich bin beim THW engagiert, weil die Vielfältigkeit mich in der Jugend schon sehr interessiert hat. Bei den Einsätzen ärgert mich am meisten das Gaffen, das Filmen und Fotografieren. Das hindert uns bei den Einsätzen. Die Bürger können uns bei der Arbeit am besten unterstützen, wenn sie sich selbst beim THW oder bei einer Blaulichtfamilie ehrenamtlich engagieren. Die größte Gefahr im Einsatz war, wir waren bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn. Beim Zurückbau der Einsatzstelle wurde ich fast von den Lkw erfasst. Der schönste Moment im Dienst war vor einigen Jahren am Tegernsee. Da waren wir bei einem Schneekaus-Einsatz und wir wurden sehr herzlich von den Bürgern empfangen und bekocht und verpflegt.